Ihr habt vielleicht das letzte Video gesehen, wo ich mit Shanti gespielt habe und er einfach über 15 Kills gemacht hat. Und deswegen muss ich im Endeffekt 15 Döner holen und die verteilen in ganz Köln. Heute machen wir das Ganze mit Donuts und mit dabei haben wir den lieben Schmocky. Gut, dann müsstest du das am Anfang jetzt wieder sagen, dass er 15 Kills gemacht hat. Ja, damit du ein bisschen Druck hast, Bruder. Wir haben gerade ein paar Runden als Test gespielt im Stream, Freunde, und da hat Schmocky auch 20 Kills gemacht. Mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Ich würde sagen, wir labern gar nicht viel drum rum, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da unten, ein Abo, wenn euch das Ganze gefällt. Und dann sehen wir uns jetzt gleich in der Runde wieder. Ach ja, und für alle, die das Ganze nicht kennen, ich habe dann danach eine Runde, in der ich gegen antreten kann. Und je nachdem, wie viele Kills ich mache, je nachdem, werden die Kills auch abgezogen. In der Folge mit Shanti habe ich 0 Kills gemacht. Ich werde es schon sehen gleich, das wird auf jeden Fall lustig. So, Freunde, wir starten in die erste Runde. Und ihr seht schon, wir machen einen Lazy Lake Drop. Und mal gucken, Freunde, wie viele Kills er macht. Also, Shanti war damals richtig, richtig gut. Der hat echt wirklich hart rasiert. Mocky, ich mache dir keinen Druck, Bruder, alles gut. Ja, Bro, ich habe keine Waffel, hey. Ich lande mal direkt neben dir, weil dann sehe ich auch wenigstens, was abgeht. Mein Gott. Oh, da ist jemand. Hast du deinen ersten Kill schon? Ja, einen Kill habe ich. Okay, erster Kill ist schon drin, Freunde. Das heißt, einen Donut müssen wir schon mal bestellen. Und ey, wenn es nicht zu viele Donuts werden, dann muss ich auch keinen abgeben. Und die kostenlos? Die werden jetzt erstmal gekauft, die essen. Yo, Digga, geil. Auf jeden Fall, wenn es wenig Kills sind, Digga, dann kann ich auch eigentlich die selber essen. Aber wenn es zu viele werden, dann werde ich sie wieder irgendwo verschenken gehen. Bruder, die werden alle gegessen. Mach dich heute 10 Kilo fetter. Bruder, hol. Jetzt ist es auch noch so ein Challenge, dass ich die essen muss. Ja, wenn du es bestellst, werden die auch gegessen. Da hinten ist jemand. Ich muss sie kurz killen, sorry, aber der nervt. Ja, alles gut. Ich bleibe einfach so lange im Leben, wie ich kann. Hey, hallo, was haben wir sie hier aufgesammelt? Ach ja, sorry, nehmen wir sie alles. Ich gehe wieder in die Stadt, weil das kann ja nicht der einzige gewesen sein, Bro. Also, bis jetzt hast du ein Kill? Nee, zwei. Ich habe zwei. Oh, ich bin bei mir egal. Zwei Kills. Zwei Kills, ja. Die kriege ich noch hin. Ja, das glaube ich. Nein. Oh, da wurde den Pill geklaut, Digga. Aber dein dritte Kill ist da. Nicht schlafen, nicht schlafen. Ich brauche die Metz. Ach so, sorry. Ich bin weg. Oh, er hittet mich. Er hat auch eine P. Oh, ich wurde umgefahren. Ich wurde umgefahren. Okay, der vierte Kill hat Schmocki jetzt. Die Sache ist, kommt der fünfte? Und der fünfte ist auch da. Der sechste ist hier. Ja, der sechste ist direkt neben dir. Digga, die rennen ja alle genau in deine Arme, Alter. Bro, heute wird teuer. Okay, Bruder. Schmocki, jetzt kannst du langsam aufhören, Kills zu machen, Bruder. Jetzt langsam reicht das. Gibt es ein Tut? Hallo. Digga, du hast eben noch sechs. Bro, mach mir Weltrekorde, weißt du? Alles klar. Hallo. Also, ich glaube, 15 Kills, Bruder, sehen sehr machbar aus gerade. Hast du noch, Herr? Willst du mich nicht? Aber das ist aber ein Schwitzer. Willst du mich? Alles gut, Digga. Ich fahre einfach im Open. Ich bin genockt. Nein. Ich wollte dir gerade helfen. Weitere Schluss. Hast du, es ist acht Kills? Neun Kills. Neun Kills, Digga. Weil dieser Kill-Counter, den ich rechts habe, unter meiner Map, der ist falsch. Ich glaube, wir checken noch mal Retail aus. Bruder, ich bestelle schon mal Donuts, Digga. Ich mache mich schon mal auf den Weg, Digga. Hey, Junge. Oh, oh. Hattest du nämlich noch einen Alien-Kopf? Sehr gern. Ja, das kann aber auch nicht sein, dass die Kills alle so in den Arm kommen, ne? Was für ein Arm? Ich habe den aufgespürt. Oder es leben noch 50 Leute und du hast schon über zehn Kills. Ich habe zehn Kills, Bro. Zehn Kills? Ja. Wir hatten in der Döner-Folge 15. Aber ich bin echt gerade happy, Freunde. Döner kostet, glaube ich, doppelt so viel wie ein Donut. Deswegen, vom Geld her, bin ich gerade noch ganz in Ordnung dabei. Ab ihm. Oh mein Gott. Okay, egal was du sagst, Bruder, die Runde wird auf jeden Fall genommen. Das sind mir jetzt schon genug Geld, Digga. Ich bin ehrlich, du kannst es langsam aufhören. Wir leben, oder? Wollen wir nicht... Nein, Aloi, greif mich ein Schwein an. Komm, 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 komm. Weiter. Weiter geht's, Digga. Es leben ja nur noch 50. Wie du einfach nur lebst, hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich ernst spiele, sterbe ich direkt, Digga. Wenn ich aber überleben will, wenn ich aber sterben will, Digga, dann... Vielleicht bin ich im Finale noch dabei, Digga. Ich sehe es kaum. Und die Sache ist, die Fokus nimm ich ja nicht mal, ne? Ich gehe ja auf die Kuh, die greift mit dich an. Ja! Das triggert mich. Ja! Ja! Der eine Kerl, der schießt auf mich, obwohl du so vor ihm stehst, Digga. Ja, da sind noch welche. Wo ist es? Ja, seit wann sieht man so viele Leute an einer Stelle? Tschüss. Den hast du überhaupt genommen. Hab ich? Ah, du bist schon ausgestiegen. Beide. 13 Kills. 13? Schaffen wir es, Freunde, den Rekord der letzten Folge zu brechen? 14 Kills. Ein Kill noch, ne? Nur mal ganz kurz, das ist keine Bot-Lobby, ne? Das ist keine Bot-Lobby, Freunde. Das ist wirklich eine Duo-Lobby. Ich weiß es nicht. 14 Kills. Okay, Freunde, also bis jetzt fehlt noch ein einziger, dann haben wir den Rekord gebrochen. Aber nicht vergessen, ich habe danach noch eine Runde, wo ich gegen kämpfen kann. Ja, okay, komm, wir fahren Ufo. Ufo, 3, 6, 1. Ufo, 3, 6, 1. Ja, 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 ja. War gut nachgemacht. Dankeschön. Ich habe gerade Leute gesehen, aber ich sage dir nicht, wo die waren. Sag mir jetzt, wo die waren. Nope, ich sage dir nicht, wo die waren. Bro, sag mir, wo die waren, bitte. Die waren da hinten, da in 180. Ah, ich sehe es. Andere Richtung. Nein, nein, Schmocki, andere Richtung. Du musst rückwärts. Kleiner Ekliger, Digga. Hör doch auf. Nein, nicht da. Hör auf. Ach, oh, scheiße. Die Glühwimchen sind irgendwo anders hingeflogen. Shit, Digga, hier sind ja voll viele. Oh, ich bin down. Und finisht er mich? Er finisht mich. Okay, Freunde. Wir sind endlich tot. Ich kann spectaten. So, und jetzt nehmen wir Schmocki aus dem Ufo heraus. Du willst mit dem Ufo die Leute killen? Okay. 14 Kills bis jetzt. Wird Schmocki aufs Level kommen von Shanti? Oder wird er gleich von der Seite irgendwo geklatscht? Wenn du jetzt tot bist, du bist dann instant weg. Keiner kann ja nicht reviven. Jetzt kommen echt viele gerade, Digga. Von allen Seiten. Und nun mal. Du bist immer noch bei 14 Kills. Immer noch 14 Kills. Nein, du wurdest nur echt gesteilt. Der wurde dir geklaut. Und du wirst gehintet. Komm. Mit 14 Kills kann ich auch noch leben, Digga. Solange du keine 20 erreichst, Digga, bin ich noch happy. Boah, das könnte aber so eine richtige Heikel-Round werden. Oder du stirbst jetzt schon direkt. Oh. Hallo? Ja, ja. Ich warte drauf, ich schwöre. Ich muss erst mal safe weg. Keine Mets mehr, nicht Full-Shield. Wenn du den jetzt hast, dann hast du den 15. Kill. Und? Schmocki hat den... Schmocki? Äh, Schmocki? Bro, warst du eigentlich, der da moved? Jetzt, Digga. Jetzt ist Schmocki gleich auf. Bro, die Runde ist echt wild gerade. Bro, was mache ich eigentlich? Weißt du, ich lasse den Zeit, Bruder. Geh, geh schlafen. Bro, was mache ich eigentlich? Hi, hi, hi. Nein, wie weit? Das sieht geil aus. Oh mein Gott, ich könnte da zuerst sterben. Oh, da ist jemand. Und er holt noch in der Zone den 16. Kill. Und somit hat Schmocki den Rekord in diesem Format gebrochen, Freunde. Er hat 16 Kills geschafft. Das ist jetzt ein Kill mehr als in der letzten Folge. Aber mal gucken, wie groß der Rekord wird. Weil der Nächste muss versuchen, Schmockis Rekord zu brechen. Stimmt. Ich glaube, als Nächstes nehme ich einfach Odoman oder so. Die machen eh nur zwei Kills. Oh. Bro, die kommen ja alle auf dich. Oha, das sind drei Leute. Und Schmocki holt alle. Er hat 18 Kills. Er hat 18 Kills. Easy, Freunde. Ich mache gleich 20. Kein Problem. Kein Problem. Ich mache 30 Kills. Und... Nee! Ja! Ich habe plain komplett und fail! Was? Nein. Was? Nein, Bruder. Was? Ich boxe ihn und ach, Mann. Weil ich so alt bin. Aber du warst full life. Du bist ja so schnell. Ja, ich habe zwei gleichzeitig gelasert. Ich habe zwei gleichzeitig gelasert. Ah, es waren zwei Leute. Oh mein Gott. Okay, Freunde. Das war echt sehr, sehr knapp, Bruder. Du hättest die beiden bekommen. Wärst du bei 18 Kills und wahrscheinlich gleich noch das Spiel gewonnen. Unglaublich, Bruder. Aber kranke Runde. Kranke Runde, Freunde. Meine 18 Kills von Schmocki. Jetzt kommen wir in meine Runde rein. Macht direkt ready. Okay, Freunde. Wir landen direkt hier in der Farm. Und ihr seht schon, meine Runde startet jetzt instant. Die Sache ist, wenn ich jetzt sterbe gleich, dann ist es vorbei. Da ist eine Wache. Oh, oh, oh. Ska, sehr schön. Die kriege ich erst mal. Dann habe ich ein paar Sachen von der. So, und jetzt sollte ich echt wirklich gucken, dass ich nur auf Kills gehe und erst mal nicht versuche zu sterben. Okay, Freunde. Wir gehen mal mit dem Ufo weg. Und ich mache mal hinten ein bisschen Ärger. Überraschung. Juhu. Wer schießt da auf mich? Ach, das sind die Tanten da hinten. Da, siehst du im Auto? Ah, da hinten sehe ich welche. Okay. Boah, den hast du. Komm, den habe ich safe, Digga. Wenigstens einen Kill will ich auf jeden Fall schon mal safen. Boah, Digga. Oh. Er ist out, Freunde. Erst mal Ufo abusen. Ja, ja, erst mal Ufo abusen. War das ein safe Kills? Okay, 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 ich habe das Chapee. Ich habe keine Mets. Ah, okay, sorry, sorry, ich hätte den Mets neu holen sollen. Warte, den will ich noch kriegen. Nice, okay. Ein Kill haben wir, also 17 Donuts bis jetzt. Okay, ich gehe auf den drauf. Ich habe keine Ahnung, wo die sind, Digga, aber egal. Die gehen aber richtig feils ab, Digga. Oh, how lowly. Warte, ich lenk ihn ab mit Ufo. Oh, nein, ich bin down. Nein, ich nehme dich. 50 Mocki, rette mich. Ich habe dich. Ja, rette mich. Nein, er schießt. Hilf mir. Oh, das kann ich. Ich will nicht wieder nur einen Kill gemacht haben. Noch kannst du 54 Kills machen. Also noch kann ich über 18 Kills gehen, Digga. Wie kann das sein, dass du am Anfang auf einmal 20 Kills machst? Jede einzelne kommt dir entgegengelaufen, Digga. Und bei mir kommen drei Tusten auf einmal in einer Farm, die Bots machen. Das war richtig, ich glaube. Ich frage mich immer noch, wie du die sehen kannst, Digga. Ach, Junge, die ekligen Tusten. Das sind nicht die Tusten. Ach so. Oh, ich habe ihn. Schön, Juppie. Ja, ich habe erst mal zehn Jahre geaimt, bis ich den Kopf gesehen habe. Nice, Freunde. Zwei Kills, Digga. Jetzt haben wir auch meinen Rekord. Wir haben beide Rekorde gebrochen. Auf meiner Seite und auf der anderen Seite. Damit bin ich relativ happy, wenn ich ehrlich bin. Am besten wäre es, wenn wir auf zehn Donuts runtergehen. Damit kann ich noch leben, weil zehn Donuts kann ich selber essen, Digga. Ja, die würde ich selber essen. Echt zehn Stück? Also mein Cutter ist ja auch noch gerade bei mir, Freunde. Sehr easy. Nimmst du mich mit, oder? Ach so, du wolltest auch noch kommen. Ja, wird schön. Lass raus, 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 raus. Hätte ich springen sollen. Ich bin gesprungen. Sag doch nicht raus, sag lande. Hallo, Lama. Ja, nice. Ich habe es bekommen. Oh, Sauvkanone, Digga. Die nehme ich. Okay, die nimmst du. Die nimmst du die ganze Zeit. Perfekt, Freunde. Das wird eine Heikel-Round, Digga. Schreibt mal ehrlich, Freunde. Schreibt mal in die Kommentare. Macht es überhaupt Spaß zum Pflegefall? Tust du gucken beim Spiel? Nein. Warte, ich mache langsam. Ich mache langsam. Ach. Ja, einen habe ich. Und den nächsten auch, Digga. Aber der ist nicht gestorben. Schau mal, Acht, schau mal nach links. Ab geht's. Überraschung. Hab ich eingebaut? Batz, Digga. Fünf Kills. Stagen, Freunde. Mein Rekordgrade läuft sich relativ gut. Die Kills waren zwar alle relativ billig, Digga. Aber bis jetzt ist in Ordnung. Und noch einer. Sechs Kills. Okay, ich beruhige mich. Ich müsste nur zwölf Donuts holen, Freunde. Super, man. Ach mit. Das sind nicht meine normale Tode. Das sind so die wackesten Tode vom wackesten, Digga. Okay, Freunde. Dann haben wir sechs Kills geschafft. Schmocki hat 18 Kills geschafft. Das heißt, ihr werdet gleich sehen, wie wir zwölf Donuts holen. Yay. Ein Mann, ein Wort, Freunde. Schmocki hat mich hops genommen. Muss ich einfach zugeben. Und ihr seht. Boah. Ich sage es ehrlich. Mit dem Video lebe ich lieber als mit dem Döner-Video. Weil die kriege ich, glaube ich, alle auch selber noch rein, Digga. Warte, wir beißen mal direkt in einen rein, Digga. So, Bruder. Aber hart, süß, Alter. Diabetes vorprogrammiert. Kameramann, willst du auch rein? Alter, Mann. Ich nehme einen. Und dir, Bruder. Okay, die gehöre ich mir jetzt einfach alle, Freunde. Natürlich nicht alle auf einmal, sondern man kann die noch ein bisschen halten im Kühlschrank. Falls ihr interessiert seid, Freunde, im morgigen Video testen wir Eisteesorten mit Suchti und Durti. Bis morgen.